Du musst ein Stückchen zurück. Ich drehe jetzt. Nicht da drauf. Nein. Daneben her. Und jetzt musst du ein Stückchen zurückfahren mit dem Boot. Das machst du, indem du dann den Hebel nach hinten ziehst. Tritt auf den schwarzen Ding. Den Hebel nach hinten. Ja, der schwarze Hebel nach hinten. Was denn? Den Hebel nach hinten. Soll ich das gehen? Zurück. Zurück? Ja. Zurück von der Karte. Gut, stopp. Stopp. Gut. Du darfst hinten nicht anschlagen. Also musst du dann gegenarbeiten. Vorwärts. 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 Nach vorne. Gib. Den Hebel. Gib Gas. Vorwärts. So, stopp. Zurück. Hahaha. Hahaha. Hahaha.